Schwarze Haar, Haar und Dreadnoughts, was kommt's? Niemand kennt mich meine Haare, mein Gott, einmal vom Wink! Wuhuuu! De La Street! Was geht ab? Ja! Next Band und Block, wir sind da! Banks! Was geht dann ab? So, heute sind wir hier und werden ein Video drehen für... Mortell, Mortell. Wir helfen heute dem Mortell aus, wir sind in Aachen. Ich hab gehört, Nimo kommt, Azad kommt. Und Bantukama kommt, Kölner, OTV kommt. Wir sind alle da, Familie, alle sind da. So. Lass mal gucken, was heute wird. Aachen gegen Dreadnoughts, FIFA! Aachen gegen Dreadnoughts, wiederholtes Mal! Wir sehen uns im nächsten Spiel live! . Oh, Bruder! Oh, Lacky Felix! Hahaha, Jemani ist wieder da. Jemani ist da, you know what I'm me? Ufu 3, wie heißt der Typ, Alter? Keine Ahnung. Ufu 3, 6, irgendwas? Spürst du das? Spürst du das? Neue Kollektion auf Italiano? Ich bin Italienisch angezogen von unten bis oben. You know what I'm me? You know? Hi, hi, hi. Neue Kollektion Sache in Neu-Walami. Sache, Medusa, Medusa. Medusa, Medusa. Der hat ein eigener Platz. Alleine. Da ist die Fels. Was soll ich noch sagen, Bruder? Wir sind in meinem Bilding. Hinter uns gerade die Polizei, Jemani fährt wieder mal ohne Führerschen, Bruder. Jemani, 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 Jemani. Weißt du? Man muss Zuwachs bekommen manchmal. Und es geht auf. Wir sind hier mit dem Motel Videodreh. Und ja, es wird ein erfolgreicher Tag, glaube ich. Guck mal, hier sind deine ganzen Brüder. Hier ist die Familie. BG. Ich bin selber BG. Und die Familie ist da. Was soll ich noch dazu sagen? Heute wieder ein erfolgreicher Tag. Bleibt dabei. Guckt zu. Oder frisst direkt mal davon. Wie geht's? Wie geht's? Bruder, gut. Bruder und TV. Hi. NW West Coast, my fuck. Colon City. Telefonia. Gang, my fuck. So. Ich bin hier mit meinem Bruder Double Dach. Den kennt ihr ja schon. Und hier mit meinem Bruder Mortel. Wursch, Wursch. Sag was du in der Kamera, Bruder. Was kommt? Wir sind da. Heute wir trainen ein mieses Video mit Azat und Nemo. Das Mixtape. Rakai. Jeder weiß Bescheid, Alter. Jeder weiß Bescheid. Bruder, wir sind da. Er hatte eine lange Nacht. Er kommt von Frankfurt. Seine Arbeit muss ich auszahlen. Sonst gibt's Palaver. Hier mit ganz Aachen. Seht ihr ganz 15 Euro. Ich will selber. Die Familie ist da. Bantu Joe. Ich will selber. Er braucht Fleisch wie ein Metzger. Das ist Bantu Kama. Donk. Troves 5-3. Ich steck dir nochmal. Ja, Mann. Schwarz wie der Pharao. Ja. Das ist OTW. Das ist West Coast Gang. Investor. Mister Kada, ich danke euch. Das ist AC Black Mafia. Das ist Gogo. No Go. No Go. Wie gesagt, wir sind hier mit AC Black Mafia. La Mafia. Die Mafia von ARCity. AC Black Mafia. Stabil. Stabil. Gebt euch die auf YouTube. Das ist Gogo Rich. Das ist... Ich will nicht deinen Namen. Egal. Kameramann Numero Uno. Nox, die wissen. Nox liebt diesen Junge. Nox liebt diesen Junge. Immer wieder Kamera von... Stell dich vor. Stell dich vor, wer du bist. Easy. Easy. Labile Vorstellung. Ja, aber ist kein Problem. Geben es selber. Wir sind alle vereint. AC 15.0 und die ganze Familie ist hier. Katz. Wo bleibst du? Wo bleibst du? Wir warten auf dich. Wir warten auf dich. Ja. Pack mal. Gimani ist immer einer, der kommt zu spät. Wir müssen auf den warten. Wir haben keine Wahl. Das ist Gimani. Stehst du? Das gehört dazu. Er muss warten. Was soll ich sagen? Guck mal, der Gimani muss wieder irgendwo hin. Der muss... Achtung mal. Nicht sass. Der Kopf soll uns gespielt und kenne. Auf den Brüchen auf den Citroën. Ob der Jagd nach Minuten und Sex. Dachte, dass die Schule nicht Zeit... Bruder, verstehe. Das ist nix, Alter. Ja, ja, ja. Action, Alter. Musik spüren, wenn ich spüre. Weiter schmeine. Ja, Mann. Geh, Bruder. Ja, Mann. Genau. Juni, Winchester, dieser Band, der soll aufhören zu rappen. Der muss singen. Ich bin kein Römer und du bist nicht Jesus, doch ich liege dich übers Kreuz. Jeden Tag geht's um vieles Leben. Verkaufen für ein ganzes meine Seele. NRW, Negros, Ziele, Feene. Alphatiere, dominante Gene. Dominante Gene. Dominante Gene. Schwarzes Haar, schwarze Haut, dominante Gene. Niemals stell ich meine Haare über Gott. Einmal vor wen ich die schwarzen im Blut. Aber dann steu ich zu meinem Rest. Nehmt doch eigentlich auf, oder? Mach die Kamera weg. Hier mit Bantukama und OTV. Ich hab was zu sagen, mein Bruder sagt. NRW 53739, ihr wisst Bescheid. Ich hoffe, ich hab euch nicht zu viel versprochen. Dominante Gene kommt sowieso. Ghetto-Florist kommt sowieso mit meinem Bruder OTV. Bantu Guerilla. Wir machen keinen Spaß. A10 Jungs sind natürlich dabei. Von Cgn bis Aachen City Connected. Ihr wisst selber. Das wird ein schlimmes Lied. Merkt euch das. MW West Coast Connect. Ganz Deutschland. Bantu Gang. Revolution. Wie ne Bälle. Wir machen keinen Spaß. Ein, zwei, drei, ja ja Polizei. Jeden Tag hab'm Dump dabei. Ja, 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 Juwan Y bin high. Fakt, fakt, fakt auf die Polizei. Flieg die Polizei. Das ist Gustavo, der immer Joint tritt, aber heute ist er kein Joint, heute ist er designiert, wegen, das ist Krieg. Wenn ich Krieg habe gegen dich, nicht nur ich, dann meine Jungs auch, dann meine Jungs auch, hier, das sind meine Jungs auch so, wenn wir Krieg haben, dann ist Krieg ehrlich, da auch. Warte, 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 du musst spüren, Diamante, Steine, hier, Steine, Kussu, 3-8, irgendwas, hier, Satsche, die Vogel. Wir streben diese Sachen, ich weiß nicht, was ich meine, wir wollen kämpfen, wir wollen kämpfen, wir wollen kämpfen, wir sind da, ich will dich, ich will dich, ich will nur dich. Und wir haben noch nicht mal einen Manager, es gibt nicht mal self-made, motherfucker. Ich habe noch nicht so verschrieben, aber ich habe eine Jacke, die keinen Deutschraffer hat, wenn ein Deutschraffer die Montag holt, Dienstag verbrenne ich diese Jacke, ich verspreche es, bei Gott. Wenn ein Kürzler mir diese Jacke holt, am Montag, Dienstag verbrennt Gimani diese Jacke, haben alle meine Fans, das ist ein Ufen, du hast Zeit, heute ist Donnerstag, bis Montag holst du diese Jacke mit diesem Kapun, ich schmeiß das weg, verbrenne das und kauf zwei direkt neu. Wahre Worte, wahre Worte, was du willst, wahre Worte, ja, ja, komm weg, aus weg. Jetzt bei uns, wie bei dir, willkommen zu Hause. Alles gleich. Wirst du smoken? Alles da. Alles da. Hier, Rudi, wir frinken. Nein, Bruder, danke. Fühle Schwule, mach, ja. Hier. Alles da. Wir haben uns in Berlin gesehen, oder? Korrekt, Bruder. Was ist das? Wir haben uns auch in Berlin gesehen, wir haben uns die Besseren gesehen, ich weiß nicht. Bei Visavi. Bei Visavi? Und mit deinen Jungs machen. Wow! Ja! Ja! Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Achso? Ja, ja, ja. Warte, man, hier muss doch Hallo sein. Was geht, habe ich alle gesagt? Wo bist du heute gekommen, Bruder, ja? Wo bin ich heute gekommen, Bruder, ja? Wo bin ich heute gekommen, Bruder, ja? Wo bin ich heute gekommen, Bruder, ja? Jeden, ja. Jeden, ja. Jeden, ja, jeden. Das ist gut, mein Bruder. Tija, habe ich alle gesagt, oder? Noch nicht, gell? Ja, ja, ja. Noch nicht, gell? Geht zu, bevor du später gehst. Unser Bruder, Nimura, das sind meine Brüder. Komm mal, komm mal, komm mal. Ich werde grad hier bedroht von meinem großen Bruder. Ich weiß nicht warum. Der übernimmt. Aber hast keine Sorge, ich stehe meinem Mann. Wisst ihr, was ich meine? Das ist die Hauptsache, das ist die Hauptsache. Ja. Jedoch, der Wrestler hat Konto bei mir. 250. Nicht Euro. 250, der weiß. Okay? Konto ist da, 250. Morgen wird abgebucht. Aber jetzt ist Business-Time. Ein Mann, ein Wort. Spinn forth. Tja, braun. Was geht, was geht, was geht. Wir sind hier, Lava Lounge, Aachen, der Hotel, die ganze Gang, alle sind da. Heute wird ein bisschen so trunken, so, so, so. Aftershow, gerade nach Video, alles fertig geworden, Asad ist schon seinen Bruder gezogen. Also, wie gesagt, komm. Unser Bruder hat gedacht, was geht, was geht. Ich halte, dass du rausgehend hier, bitte. Baby, vergiss deinen Freund, denn du bist heute mit mir, du bist heute mit mir, Ja, 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 Baby, du bist heute mit mir, du bist heute mit mir. Ja, okay, auf jeden Fall. Bist du jetzt fertig? Auf jeden Fall. Ja, was soll ich jetzt noch fragen? Ich will noch was reden. Ja, ich will auch mit dir reden. Ja, ich will auch mit dir reden. Willst du mit mir reden? Ja, ich will mit dir reden, ja. Guck mal, auf jeden Fall waren wir, ähm, gerade hier in Lava Lounge, haben wir ein bisschen getrunken, so, so, so. So, der trinkt natürlich nicht, raucht nicht, kifft nicht, gar nichts. Ich will damit nichts zu tun haben. Der hat damit nichts zu tun? Ich will damit nichts zu tun. Ich will damit nichts zu tun. Ich will damit nichts zu tun. Ciao, ciao. Komm, komm. Ey, was geht ab? Der hat damit zu tun, der kann hier bleiben. Ich hab gleich zur Prischung Alkohol getrunken. Nein, okay, du kannst auch keinen Kalko. Wir machen das alleine, wir machen das alleine. So, also wir hatten, wir waren gerade Lava Lounge, was gedrücken, so, Shichel Grauch, Nemo, Mochtel, so, so, so. Oh, was geht denn? Jeder will mich zerbrechen, egal. Auf jeden Fall war das cool, so, so, so. Danke an Mochtel, danke an Nemo, danke an Azat, ich danke euch alle, dass ihr da wart, überhaupt, so, so, dass ihr euch gesehen habt, hier, Aachen, Präsenz, ihr wisst Bescheid, nächstes Mal, wenn ihr kommt, AC 15.0, wir sind da. Alter, was ihr braucht, fragt uns einfach. Wir sind da, Alter, die Scheiße, Alter. Ey, und das reicht schon mit dem Battlelog für heute. Wer weiß, vielleicht übernimmt nix wieder Dress da gleich, aber ich weiß nicht, ob besoffen, aber egal. Wenn es geht, dann tschau, Alter. Was soll ich jetzt noch sagen, Double Z, nicht du beendest das Video, sondern ich beende das Video. Auf jeden Fall, das war heute ein anstrengender Tag, obwohl wir, das war gar nicht unser Video, aber wir waren dafür unser Bruder Mochtel, für Nemo, für Azat. So, ich beende jetzt Bendo Block Nummer 4. Meinst du? Und ich glaube bis dahin, ne, dann paar Wochen später kommt unser Mixtape und dann kommt Bendo Block 5. Sind wir 4 oder 5? Was sind wir? 4, Bruder. 4? Ja, okay, dann kommt Bendo Block 5. Mach mal zu. Mach mal zu, Bruder. Ich geh auf jeden Fall jetzt nicht nach Hause. Dankeschön. Wie gesagt, shoutout an Lucky Felix. Sehr super Junge, ich hoffe, meine Mutter, jeder der was mit ihm haben will, soll uns kontaktieren, dann ihn kontaktieren und der wird eure Videos auch so bearbeiten wie bei uns. Genau, genau. Vielleicht sogar bessere Qualität, super Junge. Ja. 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 Danke schön.